Das Ziel bei diesem Spiel ist, möglichst viele Kästchen zu erobern. Das gelingt, sobald der letzte Strich eines Kästchens gemalt ist. Und so geht ihr vor. Ihr verbindet abwechselnd zwei Punkte mit einem Strich. Wer ein Kästchen mit dem vierten Strich vollendet, hat es erobert. Das darf dann mit einem Symbol oder mit dem Anfangsbuchstaben des Namens markiert werden. Der Spielzug endet, wenn kein Kästchen mehr vollendet werden kann. Sind alle Kästchen gesetzt, ist das Spiel zu Ende. Gewonnen hat, wer am meisten Kästchen erobert hat.